Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Trek Nerds. Zum dritten Mal, zum fünften Mal, zum zwanzigsten Mal heute. Aber zum letzten Mal für Strange New Worlds. Der Show, wo wir alles sehen, nur keine seltsamen neuen Welten. Dafür seltsames Gesinge, seltsame Gorn und viele andere seltsame Dinge. Ich würde sagen, ich habe mal so zwei, drei Feedback-Sachen rausgesucht, während ich hier die ganze Zeit vor mich hingestammelt habe. Und die will ich einfach mal so exemplarisch machen. Zum Beispiel auf Twitter, als ich unsere letzte Folge angekündigt habe. Da hatten wir ja durchaus schon etwas konträre Meinungen. Ihr erinnert euch, das war, glaube ich, die Folge mit dem Crossover. Das war, glaube ich, die Crossover. Nee, das war Lost in Translation. Das war die Crossover-Folge. Und dann diese ollen Sternreisenden. Nee, welche Folge hatten wir das letzte Mal? Da hatten wir nicht das Crossover. Das letzte Mal hatten wir das Crossover und die Under the Cloak of War. Ach ja, genau. Ja, richtig. Genau. Und da waren wir ja, wie auch die Folge davor, schon etwas unterschiedlicher Meinung. Und dazu schreibt Dakeres auf Twitter, der unter dem Handel Dakeres1 dort zu finden ist, auf X-Twitter, was auch immer. Hallo zusammen, ich höre euch jetzt schon sehr lange mit Strange New Worlds, muss ich aber nun abbrechen. Sorry, Chris, aber dein kategorisches Schlechtreden der Serie nervt extremst. Strange New World ist eine sehr gute Star Trek-Serie mit sehr guten Charakteren. Vielleicht wäre es besser, für Strange New World einen angemessenen Kollegen zu suchen. Für Chris ist die Serie, wie es aussieht, eine Qual. PS, Paul Wesley hat sich echt gefangen in der ersten Folge, hat er mir nicht gefallen. Aber hier in der zweiten ist er ein guter Kirk. Dazu antwortete dann ZZU21, den findet ihr auch auf ZZU2118 auf Twitter. Gerade das Argument aus der letzten Folge, also meins, dass mich die Kleinigkeiten aufregen würden. Hast du mal, also ich, die alten Folgen angeguckt, die sind durchseucht damit. Sind die dadurch schlecht? Nein. So. Was mache ich denn jetzt damit? Musst du dir jemand Neues suchen? Hör ich auf, ich höre auf. Das Internet hat gesagt, ich soll aufhören, ich höre auf. Nee, wir leben doch davon, dass wir uns ein bisschen gegeneinander aufreiben, was das angeht. Und ich glaube, das wird sich in den letzten zwei Folgen auch nicht ändern. Und ich muss halt für jeden hier mal eine Lanze brechen, der die Serie gut findet. Denn ich bin weiterhin richtig, richtig begeistert und bin ein riesen Fan der letzten beiden Folgen und auch der gesamten Staffel. Also ist doch gut, wenn man verschiedene Meinungen hat. Wir reden doch ständig über Diskussionskultur, hatten wir in einem der letzten Podcasts auch. Und da passt es doch, wenn da eine konträre Meinung zu auch dabei ist. Heißt, wir bilden das gesamte Spektrum des Fandoms ab, ne? Ja, entweder könnte man so sagen. Aber es ist ja der Punkt, verstehst du? Also was mich halt wirklich wundert ist, dass ich mich wirklich wiederhole und ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Eigentlich in jedem Podcast aufs Neue. Ja, wir reden natürlich hier über ein ganz anderes Niveau als noch bei Discovery und vor allem bei Picard. Also das steht ja außer Frage. Ja, trotzdem finde ich, und da kann man mir auch nicht, früher war es auch so. Also nochmal, ich muss glaube ich so ein T-Shirt tragen, wo das draufsteht, ja? Wir sind 30, 40 Jahre im Serienwriting weiter. Man lernt doch dazu, ja? Also man kann doch nicht einfach sagen, ja, früher haben die auch solche Patzer gemacht, also können wir das heute auch machen. Ja, früher musste man Autos mit einer Kurbel anschmeißen. Hm, warum sollen wir uns weiterentwickeln? Es hat ja auch geklappt, ja? Also das finde ich halt eine ziemlich, naja, sagen wir mal, eine sehr hinkende Argumentation. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist halt auch, dass wenn die Geschichte gut ist und ich reinkomme in die Geschichte und ich eintauchen kann in dieses Universum, weil das Universum für sich in diesem Moment, in diesen 45 Minuten für mich schlüssig ist und Sinn macht, dann ist natürlich klar, dass da ganz viele Dinge auch einem durchgehen, weil man aber in der Geschichte gefangen ist. Wenn ich aber schon das Problem habe, dass ich, wie übrigens auch in diesen beiden Folgen wieder, ich gar nicht erst reinkomme in die Geschichte, weil die Herleitung so unglaublich überkonstruiert und unglaublich kompliziert ist und dazu nichts Originäres zeigt, sondern wieder mal same, same but different, dann habe ich halt damit einfach ein Problem. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, hast du mal die alten Folgen geguckt, die sind durchseucht damit. Natürlich sind die durchseucht damit, aber da war die Geschichte halt im Zweifel einfach besser. Und nochmal, und ich weiß auch nicht, wie oft ich das noch sage, wenn ich halt 25 Folgen die Staffel habe, dann kann ich mir halt auch mal ein Stinker erlauben, weil ich ja weiß, nächste Woche wird es besser. Aber wenn ich halt nur 10 Folgen die Staffel habe und dann da 3 oder 4, hm, 2 Stinker und 2 gute Folgen dabei sind, dann hinterlässt bei mir die Staffel einfach grundlegend mal, und jetzt egal welche Serie das ist, einen relativ schalen Beigeschmack. So, ich weiß nicht, wie oft ich das noch wiederholen muss, aber anscheinend öfters. Ich bin ja weiterhin völlig bei dir, was deine Argumentation angeht, aber ich glaube, bei dieser Serie zählen einfach nochmal ganz andere Faktoren. Wie wir es auch die letzten Male schon besprochen haben. Ich meine, wir wiederholen uns hier, wie du sagst, ständig, was das angeht. Für mich ist das eine Feel-Guts-Serie, für mich ist das auch eine gute Star-Trek-Vibe-Serie, und für mich macht sie ehrlich gesagt vieles neu, was die anderen Serien noch nicht neu gemacht haben. Ja, du magst vielleicht vermissen, dass nicht um die neue philosophische Fragen aufgeworfen werden und dass vielleicht nicht das Storytelling, der auf einem Niveau mit vielleicht sowas wie Expanse und Ähnlichem ist. Da haben wir alle schon drüber geredet. Aber ich finde, für das, was diese Serie uns abliefert, weiterhin, und das bestätigen mir auch die letzten zwei Folgen, ist es das Highlight, was wir im New-Track bisher gehabt haben, und ich bin absolut zufrieden mit dem, was mir gerade geboten wird. Natürlich habe ich einen gewissen Anspruch, dass ich auch Science-Fiction haben möchte, die mich For All Mankind-mäßig amüsiert und unterhält. Aber ich glaube, in dieser Iteration, zumindest in diesen Serien, ist Star Trek einfach nicht auf diesem Weg unterwegs, sondern auf einem anderen Weg unterwegs. Und das habe ich wenigstens für Stranger Worlds für mich akzeptiert, und deshalb tauche ich jetzt viel, viel mehr da ein und habe riesig viel Spaß an solchen Episoden wie Subspace Rhapsody, bei der ich die ganze Zeit einfach nur grinsen musste. Auch bei den Wiederholungen, wenn ich es nochmal gehört oder gesehen habe. Ey, du bist so einfach zu begeistern. Das ist unglaublich. Ich bin ja kein klassischer Musical-Gucker. Mit Cats kannst du mich ja jagen, was das angeht. Aber gib mir... Hamilton, sag es doch, Hamilton, sag es doch, Hamilton. Hamilton, Book of Mormon, diese ganzen Sachen, Avenue Q, großartig. Und ja, ich weiß, Hamilton ist einfach nicht dein Musikgeschmack, was das ist. Aber was Lin-Manuel Miranda da abgeliefert hat, von den Lyrics, von der Musik her im Genre, das du vielleicht nicht magst, ist absolut grandios. Und da stimmen auch alle Kritiker dem zu. Das ist dann vielleicht einfach nur eine Geschmackssache. Und deshalb, ich liebe ja auch TV-Musical-Episoden. Und einige TV-Serien haben ja schon Musicals gemacht. Es war nicht erst nach Buffy, sondern auch schon vor Buffy gab es von ganz vielen anderen Serien Musical-Episoden. Und das bei Serien, die ich gucke, finde ich einfach großartig. Und je öfters... Also ich habe diese Folge jetzt wirklich dreimal oder so geschaut. Und ich muss sagen, ich habe keine andere Strangely Words-Folge öfters geguckt als die hier. Und höre seit den letzten anderthalb Wochen nur den Soundtrack, weil ich einfach Riesen-Fan bin. Und ja, man kann über gewisse Qualitäten da sprechen, was wir sicherlich auch gleich mal sprechen. Aber mich hat es völlig mitgerissen und ich bin begeistert. Okay. Dann will ich einfach nochmal kurz exemplarisch zwei Leser-Mails noch kurz vorlesen. Nicht in voller Gänze, denn sie sind sehr lang geworden. Aber die Carmen schreibt zur Musical-Episode Unterirdische Rhapsodie. Lieber Chris, lieber Michael, eure Besprechungen sind immer das Highlight des Monats. Gerade habe ich die neueste Tralala-Folge von Strange New Worlds gesehen beziehungsweise mir angetan. Was für ein Kokolores. Ich verstehe nicht, wieso in dieser Folge nun eine Sing-Episode sein muss. Wahrscheinlich meint sie irgendwie Staffel oder Serie. Soll uns das nun zeigen, dass die Schauspieler auch singen können und vor allem tanzen? Wieso wird auf einmal noch getanzt? Mensch, es ließ sich doch so gut an mit Strange New Worlds und jetzt sowas. Freue mich auf eure Meinung. Dann hat das Ganze wenigstens etwas Gutes. Herzliche Grüße, Carmen. Vielen lieben Dank. Und dann noch eine sehr lange Mail von Michael Kessler. Das ist bestimmt der Schauspieler. Ganz sicher ist er das. Die möchte ich jetzt gar nicht mal in aller Länge vorlesen, weil er hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Daher auch vielen lieben Dank dafür. Aber an einer Sache fangen wir vielleicht mal unsere Diskussion an. Er schreibt abschließend. Und diese Folge wollte unterhalten. Aus meiner Sicht war sie leider sehr seicht, sehr generisch, sehr hochgejetzt. Kein Strange New Worlds mehr. Bleibt diskutabel. Die Serie muss eine Antwort darauf finden, warum fremde neue Welten im Mittelpunkt stehen, wenn sie selbst alle außerirdischen Völker zulämmig menschlicher verhalten. Also, wo sind die Strange New Worlds in Strange New Worlds? Wie, also, dass du die Folge jetzt Spaß hattest, ich glaube, das kam schon rüber, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja, kann man, also, könnte man, könnte man jetzt so sagen, ja, dass das da auch geht. Ich stimme unserem Leser, da höre er aber zu, Strange New Worlds, wenn man es als Tagline, als den Titel der Serie nimmt, als Motto nimmt, jein. Also, paar Folgen ja, aber an sich, glaube ich, wäre ein Rebranding der Show gar nicht mal so schlecht. Ja, wir wissen natürlich alles zu Explore, Strange New Worlds und so weiter und so fort, wo sie es herhaben. Aber das sieht man ja auch an anderen Serien, die dann eher generisch ihre Titel haben, dass ich so eine Serie erst mal finden muss. Und das hat Strange New Worlds in dieser Staffel gemacht, sich ganz stark gefunden und orientiert, auch wenn es vielleicht konträr zum Titel läuft. Auch das wollte ich nämlich sagen. Ich habe mir nämlich gedacht, hm, vielleicht werden wir in der Retrospektive, wenn Strange New Worlds mal so fünf, sechs Staffeln irgendwie durchhält, halt das gleiche Urteil über Staffel 2 und 1-Fällen, wie man es auch bei DS9 macht, wo man eigentlich sagt, ey, im Grunde genommen fang erst bei der dritten wirklich an oder die letzten paar Folgen der dritten und dann zur vierten rüber. Das ist ja okay. Das, wie gesagt, konterkariert sich ja dann doch noch ein bisschen mit dem, was ich sage. Wir sind halt im Storytelling einfach 30 Jahre weiter. Aber gut, okay, so be it. Da kann ich grundsätzlich noch mit leben. Ich könnte mit dieser Musical-Folge auch wirklich sehr, sehr gut leben, wenn sie einfach so ein, ja, so ein nettes Christmas-Special gewesen wäre. Ja, so völlig unerwartet ist plötzlich in deinem Streaming diese Folge drin. So ohne Staffel, so wie die Short-Tracks. Da ist das Ding einfach drin. Und ich glaube, dann hätte ich das auch durchaus gefeiert. Ich habe ja meinen Spaß beim Gucken gehabt. So ist es ja nicht. Ich hatte ja durchaus meinen Spaß beim Gucken. Auch wenn, ganz ehrlich, die Songs vom Time, also von der Anordnung her nicht so glücklich waren. Es kamen zu viele Schnulzen hintereinander. Dann war auch halt alles im Dreivierteltakt. Ich glaube, bis auf einen Song war fast alles in Slowwalls, was halt dann auch irgendwann so langsam langweilig wurde. Und es waren halt auch Reime teilweise echt aus der Hölle. Also das, da waren jetzt wirklich, also das, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Da waren jetzt nicht die Grandmasters of Musical da dran an dem Ding, ja. Ganz sicher nicht. Und Autotune hat auch kräftig, kräftig reingehauen. Trotzdem fand ich sie auf eine emotionale Weise sogar sehr schön. Also ich fand den, den, ich habe ja langsam einen Crush hier auf Christina Chong, ja. Und wie die dann so ihr Herz ausschuldet. Ich meine, wir sind inzwischen, muss man halt auch sagen, bei Discovery ist die USS Trauma und das ist halt die USS Emotions. Ja, hier geht es auch nicht mehr irgendwie um Dinge in der Galaxie. Hier geht es um, eigentlich bräuchten die alle eine große Gruppentherapiestunde, was sie ja auch haben, wenn sie beim Pike in der Küche sind. Irgendwie, also ich, wäre das ein Special an Weihnachten gewesen, an Ostern, an Thanksgiving, außer der Reihe einfach so. Ich hätte es wahrscheinlich richtig gefeiert. Als neunte Folge einer zehnteiligen Staffel. Ne, 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 ne. Und dann war es ja gut. Der Einstieg war wieder dieses völlig überkandittelte, pseudowissenschaftliche Herleiten. Dabei hättest du doch einfach sagen können, there is just another cue and he makes the crew sing. Hm, ne, ich fand das, ich fand das in der Tat gut, wie wir es gemacht haben. Ja, das war viel Technobubble und ich habe es jetzt auch nicht groß hinterfragt, die Logik und die Wissenschaft, die dahinter stand. Aber es hat zum Gesamten, ich finde das Wort im Deutschen dafür nicht, im Englischen ist das noch das bessere, Silliness der Episode gepasst. Der ganze Ton der Episode wurde auch durch die Story unterstützt. Man muss ja ganz klar sagen, Musicals haben nicht die cleversten Storys, was das angeht. Da geht es mehr um die Atmosphäre, um das Feeling, um die Musik. Und das hat diese Episode dann entsprechend auch gemacht. Ich fand es schön, dass sie versucht haben, mehr Technobubble mit reinzubringen, im Gegensatz zum letzten Mal. Und auch diese Idee, dass wir, also die Grundidee ist ja, dass die das Subspace Network für Kommunikation ausbauen wollen. Du hast dir das so gemerkt, du hast dir das echt gemerkt, okay. Ich habe die Folge dreimal gesehen, deshalb weiß ich. Okay, gut. Die wollen das Subspace Network ausbauen, haben mal wieder eine Fold, also einen Riss im Raumzeitkontinuum im Subspace gefunden. Ein Loch, was helfen könnte, das Netzwerk aufzubauen, was natürlich auch im Sinne der Erforschung des Quadranten ist. Weil da sagen sie ganz klar, dann müssen wir nicht mehr Wochen in der Kommunikation haben oder Tage, sondern können Instant-Kommunikation haben. Das funktioniert nicht. Die Begründung dafür haben wir noch nicht ganz klar. Aber im Maschinenraum sprechen die einfach darüber, es ist ein Riss in eine andere Welt durch ein Loch und vielleicht gelten da andere physische Gesetze. Probiert es doch mal auf Harmoniebasis aus, irgendwas da reinzubringen. Also eine andere Art der Kommunikation. Und das hat dann, ja, gebackfeiert, was das angeht. Und das finde ich jetzt als Basis dafür, dass die quasi dadurch einen Effekt auslösen, der die in eine Subspace-Bubble reinbringt, die sich erweitert und die andere physikalische Gesetze im Weltraum ermöglicht. Ist jetzt auch nicht eine schlimmere Erklärung, als dass ein entkörpertes Wesen Gott spielt. Ja, aber einen Q kenne ich, den muss ich nicht erklären. Der ist einfach da und er macht einfach Schnipp. Ja, aber den Q haben sie ja teilweise auch ein bisschen mit Technikabend erklärt. Ein Q muss ja nicht John Delancey Q sein, kann ja ein Q sein. Aber das Q-Kontinuum haben sie ja erklärt, dass die einfach auf einer anderen Ebene leben. Ja gut, okay, pass auf, ich gebe mir selber einen Punkt, einen Minuspunkt. Hätten sie in Q reingebracht, hätte ich ja wieder gesagt, Moment mal, die kennen doch Q noch gar nicht. Ja, okay. Genau, genau. Es wäre trotzdem besser gewesen. Ob wir ein magisches Portal haben, das uns in die Vergangenheit schmeißt. Okay, fair nach. Ob wir ein Wesen haben, das Gott spielt. Ob wir einen Typen haben, der... Ein Virus, ein Virus. Ob wir einen Typ haben, der in einem Gummianzug rumhüpft und wie eine Echse aussieht. Was natürlich die technischen... Moment, manche Leute machen das als Hobby. Ja. Ja, aber deshalb, wir wollen uns ja nicht belustigen über Cosplay. Deshalb, das ist ein ernst gemeintes Hobby. Dementsprechend, ja, also ich sag, für mich war die Erklärung genug, um das einzuleiten, um zu sagen, warum die jetzt in einer Realität sind, die auf Musik, die ein bisschen verschoben ist in der Physikalität. Und das ist für mich einer der Stärken der Episode, dass die dieses Silliness reinbringen, aber die noch, ja, bodenständig mit reingebracht haben. Aber Anson Mount, groß, wunderbar, fantastisch in dieser Episode, sein Gesicht, was man die ganze Zeit da liest, wie er verzweifelt ist und nicht weiß, was los ist und wie es ihm tierisch auf den Keks geht, dass die da plötzlich alle anfangen zu singen. Allein, dass er den Schluss des ersten großen Liedes, Status Report, hat und da quasi reinschreit, Also dieses, dass sie alle selber kapieren, ey, das ist hier komplett gerade abgefahren, was wir machen. Wir wollen das alle nicht tun und wir machen uns gerade selber lächerlich und wie schalten wir das ab? Also zum einen, dass ich gerade nebenher googeln musste, ob es das Wort Physikalität gibt, wo mir dann Fremdwort.de sagt, meinten sie physikalisch? Finde ich das, was der Galax im Chat schreibt, ganz interessant. Die Schwäche der Episoden war, dass nur Musik kam, wenn gesungen wurde, wenn die Führungskräfte emotional wurden. Was war mit den anderen 390 Crewmitgliedern? Dann hätte sicherlich noch ein bisschen mehr so, ja, wie so eine, also dass man die anderen halt auch so sieht. Die sind so ein bisschen getanzt. Ja, okay, warum tanzen die dann eigentlich noch? Ich habe gecringed bei All American Songbook. Da dachte ich also, ja, genau. Und von allen Aliens muss es natürlich das All American Songbook sein. Ja, dann hätte ich. Spura sendet es ja ab. Ja, aber das ist halt das Erste, was, nein, stopp. Ich habe deswegen geschickt, weil es wieder das Erste ist, was ihr einfällt. Aber das ist ja das Problem, das hatten wir in TNG ja auch. Also die Musik in Star Trek hat ja irgendwann 1980 aufgehört zu existieren. Es kommt ja definitiv nichts Neues mehr. Und es werden ja auch keine Romane mehr oder keine Stücke mehr nach Shakespeare geschrieben. Also gibt es de facto gar nicht mehr. Und Mark Twain vielleicht noch. Aber danach kam auf gar keinen Fall nochmal irgendwas. Und ja, okay, das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Man kann ja Mickey, Mouse und Co. nicht aus lizenzrechtlichen Gründen benutzen. Es ist ja alles gemeinfrei, was in Star Trek benutzt wurde. Hatten sie noch, aber bei Discovery hatten sie Buster Keaton. Also genau, Komiker nach Buster Keaton gibt es auch keine mehr. Stimmt, genau. Ja, ich stimme dem Galax zu, was die im Hintergrund angeht. Da habe ich als Beispiel vielleicht die Buffy-Episode, die ja ein paar kleine wunderbare Stücke mitbringt, wie mit dem Senf. They got the mustard out. Und wo dann eine singt darüber, dass sie gerade ein Parking-Ticket bekommt. Und die daraus eine riesige Nummer machen. Was auch interessant im Hintergrund der Buffy-Episode ist, dass die genau diese zwei Lieder bekommen haben. gemacht haben, um große Ensemble-Nummern und große Choreografie mit reinzubringen, damit der Druck nicht auf den Original-Cast-Mitgliedern liegt, dass die so krass performen müssen. Damit man den Druck erstmal rausnimmt aus dem Rest der Episode. Das übrigens, jetzt bringe ich doch nochmal die Mail von deinem Namensvetter rein, der nämlich genau das bei Once More With A Feeling nämlich reinschreibt. Das hat deswegen nämlich so gut funktioniert, weil Handlung und Text passten zusammen. Und es wurden über die Musical-Passagen mehrere Handlungsbogen aufgegriffen und weitergeführt. Und insbesondere so weitergeführt, dass sich relevante Änderungen für Charaktere und Konstellationen ergaben. Denn den zur Episode entschiedenen Soundtrack habe ich mir nach Subspace Rhapsody gleich zum Vergleich nochmal länger angehört. Und qualitativ ist er im Kontext Highschool, Coming-of-Age, Teen-Horror-Serie weiterhin extremst gut. Dagegen klingen die Lyrics bei Subspace Rhapsody einfach generisch. Es reimt sich, weil es sich reimen muss. Ortega is at the helm, the pilot's seat is my realm. Ja, das ist das, was ich eben meinte, dass da jetzt nicht gerade die Granden des Musicals dran waren. Was ich aber ganz ehrlich dem auch gar nicht so ein bisschen vorwerfen will. Ich glaube, das hätte, und dann sind wir wieder, aber hätte man das halt im Rahmen von so einem Special gemacht, hätte man halt auch vielleicht jemand gehabt, der da, ganz ehrlich, vielleicht war da auch irgendjemand dran, der hauptberuflich Musical schreibt, aber dann schreibt er, da hat er das eben nur so, nur so, das war halt so. Also, das war halt einfach, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du nicht KI fragst, sie soll dir ein Musical schreiben, kommt das bei raus? Ja, also, wer ist im Hintergrund der Episode? Äh, der Regisseur des Ganzen, ich komme jetzt wieder auf den Namen nicht. Ach, du bist immer so gut vorbereitet. Genau, ich bin so wunderbar vorbereitet. Der Dermot Downs, der hat auch beispielsweise die Musical-Episode Duet in Flash gemacht. Also, der hat schon ein bisschen Ahnung von Musical, was das angeht. Und die beiden, die jetzt die Songs geschrieben haben, die haben jetzt bewusst nicht, wie bei Buffy genommen, dass sie es selber geschrieben haben, sondern, dass sie jemanden beauftragt haben. Das sind halt so klassische Pop-Schreiber, was das anging. Zur Verteidigung, muss ich sagen. Also, natürlich vergleicht man heutzutage alles mit dem großen Beispiel Buffy, Once Mom is Feeling. Wo wir auch ein wunderbares Shoutout für hatten, wenn man darauf geachtet hat. Die Bunnies, die Häschen, waren direkter Verweis auf eins der Lieder in Once More with Feeling. Was die auch selber gesagt haben, dass das ein Easter Egg dafür ist. Once More with Feeling ist was Besonderes. Erstens, weil Josh Whedon als Produzent und Schreiber sich Jahre vorher schon gedacht hat, ich möchte eine Musical-Episode machen, sich jahrelang dazu Gedanken gemacht hat und sich vor, bevor diese Episode produziert wurde, sechs Monate hingesetzt hat, sich Musik beigebracht hat und das geschrieben hat in sechs Monaten mit sehr vielen Iterationen und sehr viel Feedback, was das angeht. Das glaube ich nicht, dass das ansatzweise an Zeit da reingeflossen ist und dass man das heute auch noch schwer machen kann, so viel Zeit da reinzusetzen. Also von der Qualität her, Josh Whedon hat natürlich auch cleveren, der kann clevere Dialoge schreiben. Der ist ein witty Schreiber, was das angeht und das ist seine große Stärke. Und er hat ja auch dann später noch zum Beispiel Dr. Horrible's Single Long Block geschrieben, was auch ein ganz großartiges Musical ist, mit sogar einem Behind-the-Scenes, was auch ein eigenes Musical-Album ist, wo die ganz quasi als Behind-the-Scenes, als Produktionsinfo auch nochmal ein Album geschrieben haben, was 2007 während des Writers Strike passiert ist. Eigentlich bräuchten wir jetzt eine Vortsetzung von Dr. Horrible, weil wir wieder einen Writers Strike da haben. Aber ich springe gerade sehr viel. Da möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken und ich werde das auch in den Shownotes und jetzt im Chat verlinken. Du hast mal einen längeren Blog-Artikel zu Dr. Horrible's Single Long verfasst. Ach echt? Das war 2016. Ja, das weißt du schon gar nicht mehr. Ich habe mich daran erinnern. 2016, meine Güte, das ist sieben Jahre her. Krass. Nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber es ist ganz, ganz großartig. Ich kann es immer noch empfehlen. Das ist auch, seitdem ich die Episode gehört habe, habe ich natürlich nochmal verglichen. Ich habe mir nochmal alles angehört, was an großartigen Musical-Episoden da war. Beispielsweise Scrubs hatte auch eine großartige Musical-Episode, die da drin war. How I Met Your Mother hat viel Musik reingebracht. Die haben, ja, die sind teilweise dann doch höherwertiger, was das angeht. Aber nachdem ich mir wirklich bestimmt 20, 30 Mal die Musik von denen angehört habe, jetzt von diesem Musical, muss ich sagen, sie hat definitiv ihre Berechtigung und geht ins Ohr. Ich habe nur einen einzigen Titel, den ich in diesem ganzen Ding einfach nicht gerne höre und der für mich ein kompletter Fail ist in dem Ganzen, der auch überhaupt nicht da reingehört. Dieses Keeping Secrets von Number One. Das fand ich so kitschig und schlecht und ich skippe es immer wieder, wenn ich darüber gehe von den Tracks. Aber ansonsten, wenn man dem eine Chance gibt und sich reinhört, dann hat jedes dieser Lieder eine gewisse Berechtigung. Und ja, wenn auch einige Texte darin sehr cringy sind, muss ich zugeben, ist es meiner Meinung nach im Rahmen dieser Episode gerechtfertigt, weil die einfach dieses Silliness, ich bin Mustanglischen, Silliness Embracen, umarmen, weil sie voll da reingehen und dementsprechend mit einem zwinkernden Auge sich das Ganze anschauen. Und deshalb passt es für mich auch wieder. Mein Lieblingslied darunter, das Connect Your Truth von was Uhura singt, das kann ich mir tausendmal am Stück anhören. Ich finde den Text aber teilweise echt grottig, den die da mit reinbringt und den die dafür geschrieben haben. Trotzdem liebe ich dieses Lied. Also es passt zum gesamten Thema der Episode, dass sie einfach dieses sehr Stranger, sehr Silly-mäßige drin haben. Und deshalb kann man dem eine Chance geben. Und bei den meisten Musicals ist es bei mir in der Tat auch so, gerade bei den Sachen, die beispielsweise Lin-Manuel Miranda geschrieben hat, ich muss die zwei-, dreimal hören, bis ich komplett drin bin. Und Hamilton musste ich auch beim ersten Mal gucken, immer wieder, habe ich auch gedacht, das ist jetzt schwierig anzuschauen. Man muss dem Ganzen folgen, während die da im Millisekundentakt Wörter raushauen. Und die Musik ist dann auch nicht immer so ein Ding, was mir am ersten Mal gefallen hat. Aber beim erneuten Reinhören, und das ist bei mir auch hier, genauso wie bei den Sachen wie Hamilton oder diese Episode, man muss dem eine Chance geben und dann kann man erst wertschätzen, wie viel Blick fürs Detail dann doch da reingeflossen ist. Ja, ich lasse das jetzt mal so von deinem Musical-Ohr einfach mal so stehen und sage, okay, dir hat es gefallen. Ich fand die Songs, wie gesagt, die Songs waren okay. Sie waren halt nichts Besonderes. Und am Broadway kriegt das Ding zwei Spielzeiten. Und danach, wenn kein Star Trek draufstehen würde, wäre es vorbei. Ich frage mich halt, was bleibt von dem Ding jetzt? Es gibt ja zumindest mal zwei kleine Lore-weise Geschichten, die möchte ich an dieser Stelle mal nicht unerwähnt lassen. Zum einen haben wir hier dann die erste offizielle Erwähnung von Dr. Carol Marcus, die auch schon schwanger ist. In Tos kommt sie nie wieder vor. Hier geht es aber dann schon. Also gut, okay, haben wir das jetzt auch. Damit bricht ja dann natürlich auch Christina Chongs hart. Bleibt für mich ja noch Hoffnung, ist sie also immer noch Single. Fantastisch, kann ich ja mal anrufen. Und es wird dann auch gleichzeitig der Dr. Corby erwähnt, der übrigens Nurse Chappels Lover dann wird in Tos. Also von daher auch hier ist die Liaison mit Spock dann wohl demnächst auch zu Ende. Ich bin gespannt, ob sie dann die JJ-Line mit Hurern nochmal aufgreifen oder ob sie das auch sein lassen. Ich bin gespannt. Keine Ahnung. Mal gucken, was sie daran machen. Ich habe allerdings noch zwei Sachen notiert. Die wollte ich zumindest nicht unerwähnt lassen. Zum einen hast du gerade ein Stichwort gesagt. Ja, Silliness. Und ich weiß nicht, wie oft es jetzt schon den Gag gab, dass irgendwie auf der Brücke dann Captain gesagt wird und Riker und Picard drehen sich gleichzeitig um. Oder hier halt jetzt der Kirk-Gag, Kirk und beide. Apropos Kirk, hat der eigentlich keinen anderen Job? Also fliegt dieses Raumschiff permanent am Arsch der Enterprise das andere? Oder wieso ist der eigentlich dauernd da? Also es ist halt langsam so ein bisschen so. Also ich finde, da hätte man sich irgendwie ein Austauschprogramm einfallen lassen können oder irgendwas. Das ist einfach einen Ticken besser erklärt, warum der die ganze Zeit da rumhüpft. Ja, also er hat es ja selber schon gesagt, muss das jetzt wirklich sein? Bin ich schon wieder da? Ja. Das nehmen sie ja auch in dem Fall wieder auf. Aber wenn ich doch, nochmal, Entschuldigung, wenn ich da einhake. Aber wenn ich es doch merke, als Writer, dass es jetzt albern wird, ich aber in einer Serie mich erstmal bewege, die ernst genommen werden will. Es ist ja keine Comedy-Show, es ist ja kein Scrubs oder so, es ist kein Mesh. Und nicht mal Mesh bricht die vierte Wand. Nee, dann passt das für mich. Also ich bin mir das bewusst, also ich nicht, sondern der Writer's Room ist mir das bewusst. Genauso auch mit Spock. Sie schreiben Bäumler den Satz in den Mund. Und dieser Spock ist überhaupt nicht der wie der Alte. Das heißt, sie legen es ihm in den Mund, sind sich also dessen voll bewusst und machen es halt trotzdem nicht. Und das ist halt in meiner Star-Trek-Welt und nochmal meine subjektive, meine kleine Star-Trek-Bubble-Welt, die das Ganze halt irgendwo ernst nimmt. Sonst würde ich halt eine Comedy, sonst gucke ich die Orville, ja. Und nicht mal bei der Orville machen sie so Nummern. Also nicht mal die Orville ist sich selber seiner Silliness, um in deinem Burning für heute zu bleiben, bewusst und macht da irgendwie was. Zumindest habe ich gerade kein Beispiel dafür. Und das gehört aber, das gehört zu einer Musical-Episode, gerade bei so einer. Ja, aber sie machen es ja nicht nur, also die machen es ja nicht nur, die haben es ja auch in der Lower Decks Crossover-Folge gemacht. Also dann sind wir wieder bei dem, okay, mach solche Gag-Folgen, mach es als Special einmal im Jahr wie das Simpsons Halloween-Special, okay, fair enough und ich feier es. Packe es in eine reguläre Season und ich habe echt ein Problem damit. Lass es mich so sagen. Ja, ich meine, ich hatte sie ja letztens geschickt, einer der Produzenten hat selber gesagt, er würde gerne deutlich mehr Episoden bekommen. Also auch hier sind sie, wie dich selber wieder bewusst, dass es für eine Star Trek-Show wie Strange and Worlds das Potenzial hat, deutlich mehr Episoden braucht, um das Ganze zu entwickeln. Ich glaube, ich sehe jetzt auch Staffel 1 und 2 so ein bisschen als Staffel zusammen, was das angeht. Für mich bilden diese 20 Episoden ein rundes Ding, was das angeht. Aber auch hier, ja, ich stimme dir auch zu, wir haben jetzt zwei Special-Episoden fast hintereinander gehabt, die hätten ein bisschen Abstand haben müssen, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ein paar Episoden dazwischen. Aber wiederum, was hier in der Folge gemacht wurde, das passt zu dem Wesen einer Musical-Episode und zu dem, was erzählt wird, super. Und Star Trek setzt sich ja auch immer dieselben, die eigenen Genre-Grenzen, wenn sie in andere Genres reingehen. Dann sind sie innerhalb der Grenzen dieses Genres drin und für den Musical passt es. Was heißt das? Einerseits haben die natürlich immer wieder Songs und singen, aber andererseits geht es auch ganz stark um die Gefühle und in typischen Musical-Episoden geht es einfach darum, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass ich das vermute für die Musical-Episode, dass einfach die angestauten Emotionen in so einer Folge clashen und hervorkommen. Dass das einfach aus dem Hintergrund kommt und das ausgesprochen wird, was die meisten gar nicht wollen, weil es einfach dieses Wesen des Songs ist. Und genau das ist es passiert. Wir haben die Konflikte, die sich im Laufe dieser Staffel aufgebaut haben, sind jetzt rausgekommen. Uhura hat das Problem, dass alle ihre Mentoren und alle, denen sie etwas näher kommt, draufgehen und sie alleine weitermachen muss und ihre Position finden muss. Spock wurde hier ganz klar erwähnt, ja, er hat sich geöffnet, er hat seine Emotionen die menschlichere Seite offengelassen, er hat sich auf die Beziehung mit Schäppel eingelassen und wurde gebrandmarkt, was das angeht. Der hat jetzt Pech gehabt, weil er jetzt verlassen wurde. Er ist der Ex, was das angeht und das bringt ihn jetzt wahrscheinlich dazu, wenn es nicht im Finale noch ein bisschen wieder relegiert worden wäre, mehr zu dem Spock zu werden, den wir kennen. Denn Pike hatte in dieser ganzen Staffel so ein bisschen Kommunikationsprobleme in der Beziehung und die kommen auch nach vorne, was das angeht. Schäppel, der ist zwiegespalten zwischen einerseits, hängt sie sich immer in irgendwen dran, das war ja einer unserer Kritikpunkte, dass sie keine eigene Story hat. Jetzt bekommt sie eine eigene Story und muss sich aber dafür von dem trennen, was sie eigentlich dann doch haben wollte und findet zu sich selbst, was das angeht. La'an hat die Sache, dass sie in Kirk total verschossen ist und nicht aus ihrer Introvertiertheit rauskommt, dass sie sich nicht öffnen möchte. Das kommt dabei raus. Nummer eins hat das Problem, dass sie den Titel ihrer Vorbildfunktion annehmen muss und annehmen möchte und das in dieser Folge auch akzeptiert. Und ja, Kirk, der ist noch ein bisschen Bonus noch dabei. Aber letztendlich, was ich damit sagen will, es passiert genau, was in Musical-Episoden passiert. Die innersten Gefühle, die Konflikte brechen heraus, die werden offengelegt und das führt zu Brüchen, das führt zu Diskussionen. Aber am Ende in dieser Episode auch dazu, dass alle ein bisschen stärker oder mit einer gewissen Perspektive dabei rauskommen, dass wir jetzt in einem anschließenden Finale, was dabei passiert, in eine Richtung gehen können, die unsere Serie vielleicht in eine ganz andere Richtung werfen kann. Und zeigt jetzt, hier haben sie sich alle ein bisschen selber gefunden und jetzt können wir, wie ich das letzte Mal gesagt habe, die richtig durch den Ringer bringen, durch die Knetmühlen zwängen, was das angeht. Und das hat diese Episode für mich voll und ganz erfüllt mit der Silliness, die wir da drin hatten, mit dem Singen, mit dem Tanzen, mit der Choreografie der Schiffe im Weltraum und der Sternenexplosion ganz am Ende, mit den Klingonen, die wie eine Boyband aufgetreten sind, wo man sich drüber streiten kann. Aber ich es immer noch als Gag großartig finde, weil wenn man die Lyrics sich anschaut, passt es weiterhin zu den Klingonen und sie müssen einfach was machen, was sie gar nicht haben wollen. Und die versuchen ihre Emotionen eigentlich auch in andere Richtungen zu kanalisieren. Also für mich, das passt und gibt uns jetzt ein Template, um in die nächste Phase dieser Serie einzusteigen, die ganz klar mit dem Finale startet. Was mich ja wundert ist, warum man jetzt hier auch wieder Bruce Horak zurückgeholt hat, den Schauspieler des Hammer, als klingonischer Käpt'n. Also wenn er jetzt sowieso in jeder Folge vorkommt, why kill him in the first place? Ist wie der Schauspieler von Villonen in DS9, der ist ja auch in tausenden Rollen aufgetreten. Jeffrey Coombs, ja ohne Scheiß, als ich das mal rausgekriegt habe, wenn der alles in Star Trek gespielt hat, das war auch so, what? Ja, genauso wie wenn dir einfällt, wenn du irgendwann mal merkst, wie Julian Glover alles gespielt hat. Also den kennst du ja irgendwie nur so halt als Bösewicht aus Indiana Jones 3, ja. Und dann irgendwie so, ach Moment, der war auch Admiral Wears, Moment mal, der war auch der Purcell in Game of Thrones, Moment mal, der war auch der in James Bond und der war auch, what? Der ist ja überall, ja. Das ist ungefähr so das Gleiche. Ja, also ich, wie gesagt, als Standalone-Folge, als Special hätte ich das Ding durchaus abgefeiert. Im großen Kanon tut's mir weh, dass, und da bin ich vollkommen bei dir, diese Charakterentwicklungen, die du da alle gerade aufgezählt hast, die sind ja auch gut und die finde ich ja auch toll. Und die sind ja auch in der Tat über mehrere Folgen aufgebaute Dinge. Super, endlich mal, ja. Umso schade, mehr schade, dass es halt in so einer Gag-Episode, die am Ende einfach nur als eine Musical-Episode, der Film mit den Wahlen im Gedächtnis bleiben wird, dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, der ein oder andere Charakterentwicklung hat es nicht verdient, dann in so einer Gag-Folge sozusagen unterzugehen. Weißt du, was ich meine? Der hätte verdient, prominenter gewürdigt zu werden, als am Ende in der, ja, es war halt die Musical-Folge, unterzugehen. Vor allem, weil, und wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, die, auf Deutsch, die Texte ja nicht übersetzt waren, also die haben auf Englisch gesungen und Deutsch gesprochen und die Untertitel grottig waren. Also die deutschen Untertitel waren wirklich grottig und sie waren nicht nur grenzwertig schlecht übersetzt, nein, sie hatten auch, also wer auch immer das getextet hat, oder war wahrscheinlich eine KI, ich hab keine Ahnung, hat ein massives Problem mit Groß- und Kleinschreibung und kennt keine Kommasetzung. Und wenn Groß- und Kleinschreibung halt einfach, also plötzlich ist ein und großgeschrieben, ja, und es gibt keine Kommas, dann kannst du das auch so schnell überhaupt nicht lesen. Also du kommst so schnell gar nicht mit, gerade bei einem Song halt eben nicht, wenn du dann auch noch überlegen musst, Moment, was hat er jetzt, wieso war der jetzt und großgeschrieben und keine Ahnung. Das war echt super irritierend, um nicht zu sagen, mehr oder weniger unmöglich, dem, wenn man jetzt kein Englisch kann, zu folgen. Das stimmt. Und deshalb sag ich auch wieder, es lohnt sich das öfters zu hören, weil auch wieder der Begriff Silliness, im Finale wurde er vor allem im Text des Finales immer mal wieder aufgegriffen, wo dann beispielsweise gesungen wurde, our mission is our prime directive und dann Spock in einem Nebensatz sagt, not really. Oder wenn die dann am Ende sagen, wir singen, egal wer sich dazu hört und egal wie es sich anhört, das ist einfach das, was wir machen. Finde ich toll, wie es gemacht wurde. Und ich bin da ein bisschen auch wieder anderer Meinung, was das angeht, was du gerade meintest. Ich finde gerade so eine Musical-Episode, die eine gewisse Emotionalität beinhaltet, ist wunderbar dafür geeignet, genau diese Gefühle und genau diese Storys zu einem, naja, zu einem Siedepunkt zu bringen, was das angeht. Und ich verstehe, warum du die ganze Zeit nicht so tief in Strange New Worlds reinkommst, wie ich drin bin, warum du dieses Ding nicht vibest. Aber wenn du das vibest, und das kann ich auch durch diverse andere Berichte, die ich mir im Internet durchgelesen habe, es gibt halt diese zwei, wieder die zwei Fraktionen. Eine hasst diese Folge und eine liebt diese Folge. Ich hasse sie nicht, ganz, ganz klar. Ich hasse sie nicht. Ich hasse sie nicht. Nur sie ist für mich in der falschen Stelle platziert worden. Ja, es sind die lautesten Meinungen im Internet, die es entweder lieben oder die es hassen. Und das ist bei dieser Episode der Zwiespalt wieder sehr groß. Und ich bin definitiv in der Fraktion, die sie sehr liebt und die wertschätzen kann, was mit dieser Folge alles erreicht und gemacht wurde und sich dementsprechend auch den Soundtrack in den zukünftigen Jahren immer mal wieder gerne reinzieht. Das hat mich dazu geführt, alles andere von Musik, TV Musicals nochmal durchzuhören. Ich habe fast nichts anderes in den letzten zwei Wochen gehört als TV Musicals und Film Musicals. Schön, dann war es doch auch gut. Ist denn das Musical auf Spotify, sind die Songs da anders oder ist es einfach nur der Serienton abgenommen? Oder sind die Songs ein bisschen anders, länger kommen anders zum Ende? An manchen Stellen ja, aber es ist eigentlich der Ton, auch den wir in der Serie haben. Die performen auch vor Playback. Die haben das alle selber eingesungen und das war auch das Wichtige. Ist übrigens auch noch ein Aspekt von so TV Musicals, dass man einfach nicht die besten Sänger hat und die besten Vocal Performances, was das angeht. Sondern man hat schon gemerkt, wie so ein Anson Mount sich ein bisschen dagegen gewehrt hat, zu singen, aber dann da drin... Ich fand, Ethan Peck ist, glaube ich, der schlechteste Sänger von allen, weil da hast du Autotune einfach bei jedem Ton gehört. Also da hat Autotune wirklich, der klang ja fast wie Chair, weil als Autotune zum ersten Mal so bis zum Anschlag hochgedreht wurde. Ja, deshalb habe ich auch so ein bisschen so eine Hassliebe mit diesem I'm the X Song, was das angeht. Andererseits ist natürlich die komplette Parallele von I'm Ready, von der Chapel. Man kann die beiden Songs wirklich übereinander legen und die singen zur gleichen Zeit und die Betonung kommt zur gleichen Zeit, was das angeht. Also das ist der Mirror Song, was das angeht. Aber I'm Ready fand ich, obwohl Jess Bush auch nicht die beste Stimme hat, deutlich amüsanter als Ethan Peck, das er gesungen hat. Und ja, ein paar haben sie versucht, ein bisschen reinzubringen. Es gibt diesen Gag von Once More Was Feeling, wo Alison Hennigan einmal zwischensingt, And My Line Is Mostly Filler, weil sie einfach nicht singen konnte und auch nicht singen wollte, was das angeht. Aber sie versuchen es und das finde ich das Charmante an solchen Episoden und solchen Versuchen. Man hat nicht die perfekten Stimmen, man hat nicht eine Beyoncé oder sowas dazwischen. Auch wenn eine Christina Chong schon sehr gut singen kann, was das angeht. Aber das macht für mich den Charme von solchen Episoden und von solchen Tracks auch aus. Diese Imperfektion finde ich besser als komplette Musicaldarsteller, die alles können. Jedenfalls im Rahmen dieser Serien. Und sie haben sich natürlich, das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich noch drin haben könnte. Alle anderen TV-Musicals, die ich so kenne, gerade sowas wie Once More Was Feeling oder diese Scrubs-Episode, die haben sich professionelle Sänger dazwischen gemischt, die eine Gastrolle haben. Also wir haben ein paar Broadway-Darsteller und ähnliches, die dann einmal so richtig raushauen bei Songs. Hatten wir so ansatzweise ein bisschen bei dem Song von Christina Chong, den How Would That Feel. Aber dafür war der Song leider nicht gut genug, um ihr Gesangstalent komplett zu würdigen. Also ihr Panel war ein bisschen awkward auf der FatCon, denn sie stand eigentlich, keine Ahnung wie lange das ging, eine halbe Stunde und eine Viertelstunde gefühlt, stand sie einfach nur da, hat ihr Handy ans Mikro gehalten und hat den Leuten ihre Songs vorgespielt. Das war ein bisschen so. Stimmt, ich erinnere mich an die Geschichte. Ja, es war ein bisschen seltsam. Gut, haken wir die Musical-Folge ab, hüpfen wir zur Folge 10, die budgetschonende Kolonie-Folge, die wir einfach irgendwo auf der Straße gedreht haben, weil unser Budget komplett für das Gorn-Kostüm draufgegangen ist. Ja, ich bin... Hat mich übrigens auch wieder an Once More's Feeling von Buffy erinnert, weil man einfach irgendwo in der Ecke brennende Mülltonnen hingestellt hat, weil das Budget dafür gereicht hat. Das war dann auch wieder ein kleiner Flashback. Ich warte ehrlich gesagt, was sie nicht machen, es gab früher bei Star Trek, gab es zur Berman-Ära so ein Prop im Hintergrund. Das waren immer so drei Leuchtstoffröhren, die so immer die Farbe... Nee, die haben nicht die Farbe gewechselt, die haben immer so nacheinander durchgeskippt. Und dieses Prop stand wirklich in jeder Serie, gefühlt in jeder dritten Folge irgendwo im Hintergrund. Mr. Stocke im Chat, du wirst wahrscheinlich wissen, welches ich meine. Vielleicht hat das Ding ja einen Namen, ja. Dann schreibt es mal auf jeden Fall rein. Und wenn du es einmal siehst, ne, once you see it, dann kannst du es auch nicht mehr drüber weggucken. So, wie die Wälder von Vancouver für Star Trek benutzt wurden und der eine Hügel in Vancouver immer für Wüstenszenen in SG-1 genutzt wurde. Du meinst für Stargate, ja, ja, genau. Ja, genau. Kommen wir zur Folge 10 nach der Subraum-Rhapsodie, kommen wir jetzt zur Folge 10, zur Folge Hegemonie. Die greift unseren Gorn-Story-Plot wieder auf und wie ich es gerade eben schon sagte, auf einem zufälligerweise wie eine amerikanische Kleinstadt geformten Außenposten der Nicht-Föderation und Nicht-Der Sternenflotte, warum es auch immer Leute gibt, die das freiwillig machen, okay. Okay, greifen die Gorn also in Independence Day-Manier an und ja, was soll ich sagen, es gab gute Dinge in dieser Folge, es gab auch eine Menge Quatsch in dieser Folge, aber auch hier wieder, ich konnte leider einfach nicht völlig mit dem Ding bonden. Und der Punkt ist einfach der, dass es ja okay ist, wenn ich hier und da vielleicht mal eine kleine Alien-Referenz reinbringe, aber wenn ich halt in allen Gorn-Folgen einfach mehr oder weniger 1 zu 1 Alien-Filme nachspiele, inklusive Leucht, Beleuchtung, Kameraposition und sogar noch Story-Plots, Dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, nee, sorry, bin ich raus, ich kaufe auch diese Gorn nicht, ich frage mich einfach wie eine Spezies, die so instinktiv und tierisch und wie so Raptoren sich verhält, wie die also so eine Technologie entwickelt haben soll, das passt für mich einfach irgendwie nicht so zusammen. Vielleicht sehen wir ja in der nächsten Staffel noch andere Gorn-Varianten, die dann irgendwie mehr Humanoid sind, aber diese aktuell dargestellten Alien-mäßigen Gorn sind für mich keine Wesen, die riesige Raumschiffe entwerfen, um sich dann aber von einem Sonnensturm völlig durch den Wind bringen zu lassen. Und bloß nicht den Blitz benutzen, sonst könnten die Tiere durchdrehen, also ja, das ist alles für mich irgendwie nicht so ganz rund. Und ich habe mich aber die ganze Zeit gewundert in der Folge, warum sehen die denn so gut aus? Praktische Effekte, wenn sie gut gemacht sind, sind sie einfach besser als CGI, das muss man leider immer noch so konstatieren. Und von daher, ich sehe den Punkt, den sie mit dieser Folge machen wollten, aber die Gorn, so wie sie dargestellt sind, im Moment, im Moment funktionieren sie für mich nicht. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es einfach nur so die Grunts von den Gorns sind, so die dummen Gezüchteten und dass es da irgendwie noch so eine, ja, humanoidere, cleverere Version davon gibt. Ich hoffe es, weil diese Gorn sind für mich einfach nur ein Alien-Rip-Off und ja, sorry, wenn das so bleibt, funktioniert es für mich nicht. Das war mein erstes zu dieser Folge, ich habe noch eine Menge Nitpick hier an der Folge, aber das war so mein erster Eindruck zu diesem ganzen Gorn-Kram. Ich fand, die Folge hat das Potenzial offenbart, was in den Gorn noch stecken kann, weil sie teasen ja deutlich an, dass hinter der Rasse noch mehr steckt. Und es zeigt so ein bisschen, ist zumindest meine Hoffnung, in welche Richtung sich jetzt Strange New Worlds weiterentwickeln kann, weil es war eine typische, für mich war es eigentlich ein typisches TNG-Finale, was das anging mit dem Cliffhanger. Also wir haben plötzlich eine neue Bedrohung, die reinkommt, die sich im Laufe der Staffel total im Hintergrund aufgebaut hat. Die war nicht relevant, was das angeht, aber die immer mal wieder erwähnt wurde. Ähnlich wie, wir haben Probleme an den Außengrenzen und dann irgendwann sind es die Borg, die dann auftaucht, die nur in der ersten Staffel nur im Ansatz erwähnt worden sind. Ist der gleiche Ansatz, der hier funktioniert, außer dass wir die Gorn schon mehr gesehen haben. Und man versucht einfach, was ich hier auch sehe, einen ganz anderen Bösewicht aufzubauen, als wir ihn bisher immer hatten. Keine kalten Krieger, keine hochtechnologisierte Zivilisation, die alles assimilieren will. Hier hat man eine Rasse, die wirklich instinktgetrieben ist, auch wenn die uns natürlich schuldig sind, wie die sich so weiterentwickeln können. Ob es auch hier eine Königin oder irgendwas gibt. Aber da hoffe ich jetzt mal, dass sie noch mehr in Richtung DS9 gehen. Der Dominion-Krieg wurde ja auch nur angeteasert. Die Jem'Hadar hat man zwischendurch gesehen und da dachte man sich auch, die Jem'Hadar sind ja jetzt nicht die cleverste Rasse, die es gibt, um die als großen Bösewicht aufzubauen. Und das ist meine große Hoffnung, dass wir hier den ersten Schritt in diese Zukunft sehen, wo Pike seine Borg bekommt, wo Pike seine Romulaner und Klingonen bekommt, gegen die er kämpfen muss. Sein großes Ding, was ihn immer wieder stört und das ihn vielleicht auch noch ein Trauma beschert. Weil dieses Trauma, nachdem er ja gewisse Sachen akzeptiert hat, sieht man auch einfach, wie zwiegespalten Pike am Ende dieser Folge ist und Entscheidungen treffen muss, die er eigentlich nicht treffen möchte. Einerseits möchte er seine Crew in Sicherheit bringen, aber andererseits möchte er die anderen nicht zurücklassen. Und so ein Kirk, der wäre da deutlich entschlossener gewesen. Der wäre direkt hinterher geflogen und hätte denen die Hölle heiß gemacht, was das angeht. Und Pike ist aber noch nicht an diesem Punkt angekommen, was das angeht. Und dafür öffnet diese Episode für mich wirklich neue Welten. Einerseits hat man natürlich wieder eine Einführung von einem Legacy-Charakter, der wahrscheinlich einen ähnlichen Gastspot haben wird in der nächsten Staffel wie Kirk. Oder sie integrieren Scotty wirklich komplett da drin und zeigen die Möglichkeiten auf, die kommen können, ohne dass diese Folge alles beantworten muss. Es ist ein Zweiteiler und es hängt ganz stark davon ab, wie der zweite Teil dieses Zweiteilers ist, ob er funktioniert oder nicht. Deshalb bin ich mir gerade noch nicht sicher, ob es hundertprozentig funktioniert. Aber deshalb in der Musical-Episode wurden die ganzen emotionalen Themen abgeschlossen. Und jetzt kann man endlich mal einen richtigen Gegner aufbauen und einen Story-Arc, mit dem die Crew der Enterprise sich in den nächsten Folgen, in den nächsten Staffeln beschäftigen kann. Und die vielleicht zu einer großen Bedrohung werden könnte. Das gesagt, bin ich auch noch nicht hundertprozentig überzeugt von den Goren in der gegenwärtigen Form, weil sie natürlich sehr stark an Alien angelegt sind und ich mir auch noch ein bisschen was Originelleres wünsche. Aber auch hier wieder das Potenzial, wenn man beispielsweise diesen Goren auf dem anderen Schiff sieht, wie er scheinbar in was einzubrechen versucht, in den Computer einzubrechen versucht, deutet es ja an, dass mehr hinter denen steckt, als nur die Rasse, die zum Licht getrieben ist. Ja, ich hoffe es wirklich, weil so kann ich die einfach nicht kaufen. Vor allem, weil sie halt auch wirklich ziemlich, naja, also die Dinge, die den Goren, oder wie soll ich sagen, also erstmal habe ich schon... Der Gorn an sich. Der Gorn an sich und im Besonderen der Gorn nochmal obendrauf, ja. Nein, also zwei, drei, bleib mal bei Pike. Du hast gerade Pike angesprochen. Ich komme nochmal auf die Gorns zurück und ihren Plan und die Föderation und so weiter und so weiter. Bleib mal erstmal bei Pike. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Geschockte von Pike am Ende nicht verstanden. Du hast jetzt gerade nochmal so einen anderen Twist oder so eine andere Sichtweise reingebracht. Ich habe jetzt am Anfang ehrlich gesagt gedacht, okay, wo ist sein scheiß Problem? Also ich weiß natürlich, wo das Problem ist. Das muss spannend sein, aber das Problem ist halt, es ist halt nicht mehr spannend, weil, naja, weil es halt nun mal schon erzählt ist. Das Problem bei Pike ist, wenn Pike nur wüsste, dass er im Rollstuhl landet, schwer gezeichnet und behindert, aber nicht weiß wie, dann hätte diese Figur ja noch eine Spannung. Aber dadurch, dass er ja weiß, wie es passiert und dass er dann immer noch in der Sternenflotte ist und dass er dann Kadetten betreut und blau und pi und ping und puff. Das nimmt diesem Charakter, das habe ich schon in der ersten Staffel gesagt, einfach jegliche Spannung. Jegliche Spannung. Und in dieser Föderation, in dieser Sternenflotte, die wir jetzt aktuell sehen, kannst du ja sowieso gegen jeden Befehl verstoßen. Es juckt ja sowieso keine Sau. Also frage ich mich ernsthaft, warum ist der am Ende so geschockt und guckt so völlig verdattert aus der Wäsche. Das habe ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden. Und was ich auch nicht verstanden habe in dem Zusammenhang ist, warum die Föderation sich mal eben so ein Schiff wegballern lässt und nichts unternimmt. Weil es so ein bisschen wie die neutrale Zone ist, wo die da unterwegs sind. Und die möchten, das ist ja die Sache. Also Galax meinte gerade, er hätte Aliens entwickelt, instinktive Aliens, die sehr durchdacht sind. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo die Showrunner uns alles gezeigt haben, was hinter den Gorn steckt. Und deshalb kann es ja durchaus sein, dass die komplett durchdacht sind. Aber wir sehen jetzt erstmal nur die Spitze des Eisbergs, was das angeht. Und ja, Pike sehe ich weiterhin den Konflikt. Aber ich glaube, das ist das, was die hiermit versuchen zu lösen, beziehungsweise einen anderen Aspekt mit reinzubringen. Weil Pike ist eigentlich nicht jemand, der auf Konflikt gehen möchte. Der ist ein Konfliktvermeider, was wir auch in seiner Beziehung sehen. Was wir in vielen Dingen sehen, wo er lieber reden möchte, anstatt zu ballern, was das angeht. Und hier ist er halt dazu getrieben, er kann zwischen Pest und Cholera wählen. Einerseits bringt er seine Crew in Sicherheit und dann wäre es gut. Aber dann gehen die anderen vielleicht drauf, weil er nicht weiß, was die Gorn mit denen machen, ob die einfach nur Futter sind. Oder er versucht, sie zu retten und bringt den Rest seiner Crew in Bedrängnis. Also was ist halt wieder die klassische Situation, das Wohl des Einzelnen gegen das Wohl der Allgemeinheit, was das angeht. Und das ist jetzt im kleinen Rahmen von dem Schiff hier. Und Pike, der ist ein Konfliktvermeider, der das nicht machen möchte. Und das ist einfach, er wird es machen. Ganz klar, dieser Cliffhanger ist jetzt kein wirklicher Cliffhanger. Aber er wird einfach aus seiner Komfortzone heraus getrieben, was das angeht. Ja, im Chat wird geschrieben, er weiß, was aus der Sache rauskommt, aber nicht, wie es mit seiner Crew weitergeht. Okay, ja gut, kann man sich so zurechtdengeln. Wie gesagt, das Grundproblem ist halt in Discovery passiert. Hätte man ihn nicht so genau wissen lassen, was passiert, hätte man jetzt das Problem nicht. Okay, ein anderes Problem, was sich mir halt ergeben hat, aber das ist einfach wieder das Mittelmaß des Writers' Rooms. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ich habe, also die Gorn kommen an und sie ziehen eine Grenze. Ist dir bei dieser Grenze etwas aufgefallen? Ich habe sie mal nachgezeichnet, während du gesprochen hast. Also die Grenze wird mitten durch ein Sonnensystem gezogen. Mhm. Okay. Fällt dir was auf? Ist ein Auge? Nee. Wann gehört welcher Planet zu welcher Seite und wann nicht? Ach so, ja, ja, ja. Und sowas? Ja, 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 Rotation. So ein Quatsch, so ein Quatsch. Das heißt, wenn sie an der Stelle die Leute nicht retten dürfen, warten sie halt einfach fünf Stunden, bis der scheiß Planet hier ist und retten sie dann. Naja, das könntest du ja auch über die neutrale Zone sagen. Nein, die geht, die geht um, die geht ja im Meandertjahr um Systeme herum. Da gehört immer ein System zu einer Seite. Ein System zu einer Seite. Ja. Aber verstehe, ja, sorry, ich weiß es nicht. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich sehe dieses Ding und denke mir so. Und das Erste, was ich sehe, ist, ja, dann wart halt, bis der scheiß Planet in der Umlaufbahn auf der anderen Seite sind. Ja. Aber die rotieren doch mit, die sind doch mit in Bewegung. So ein Quatsch. Jetzt redest du ja doch, also jetzt mal ohne Witz. Wieso, sonst müssten die doch die ganze Zeit ihren Antrieb dran machen, wenn die nicht auch in der gleichen Umlaufbahn wären. Ja, okay, und die Grenze hier, die rotiert dann auch mit, oder was? Ich habe keine Ahnung, wie die Visualisierung da funktioniert. Ja, ich verstehe absolut, was du meinst, ja. So, und das ist für mich genau das, was ich sage. Guckt da keiner mal drüber, der auch nur für fünf Sekunden nochmal irgendwie ein bisschen Ahnung von irgendwas hat. Ich verlange da, finde ich, echt nicht zu viel. Und ich finde, das ist auch kein Nitpicking und das ist einfach nur so ein gewisser Anspruch, den ich an eine Multimillionen-Dollar-Produktion habe. Ich kann mir leider nicht helfen. Das ist wie mit diesem, mit dem Bild von dem Bird of Prey, wo dann extra noch gesagt wird, das hat ein ISS-Spotter geschossen und der Himmel ist bewölkt. Da denke ich so, nee, der hat da nicht geschossen, weil er wäre halt nicht rausgegangen an dem Tag, weil der Himmel bewölkt war. Ja, und das sind halt so diese Dinge, wo ich mir, wo ich einfach so, nicht weiß, ist es denen egal, denkt da keiner drüber nach. Und da denke ich mir, du willst aber Geld von mir, dass ich das gucke, jetzt mal ganz sachlich, du willst Geld von mir, dass ich das gucke und ich bezahle dafür. Denn ich bezahle ja dafür, dass ich es nicht auf Sat.1 mit Werbung sehe, was ich for free hätte, sondern ich bezahle jetzt dafür. Und da will ich irgendwie ernst genommen werden. Und das sind solche Sachen, da fühle ich mich einfach nicht ernst genommen. Da sind wir bei dem klassischen Konflikt. Also, du kannst einfach nicht aus deiner Rolle heraus, dass du das Track haben möchtest, wie es früher einmal war. Nein, 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 stopp, stopp. Nein, 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 nein. Ich will jemanden, dass dir jemand dabei sitzt, der sagt, pass mal auf, das macht so keinen Sinn, macht das einfach anders. Ja, und im Chat wird gerade geschrieben, wenn der Planet eine Umlauflamm von zehn Jahren hat, dann ist es trotzdem egal, dann ist der Planet trotzdem mal bei der Föderation und trotzdem mal bei den Gorn. Das ist doch Quatsch, das ist doch grundlegender Quatsch. Und in dieser Folge ist es so, dass die auf dem einen Viewscreen der Planet ja wirklich literally, literally 200, 500.000 Kilometer von dem Planeten weg ist. Da braucht man keine zehn Jahre mehr warten, da dauert zwei Stunden, bis die Scheiße da umgelaufen ist, ja. Verstehst du, das ist halt eben der Punkt und da komme ich mir dann. Okay, wir brauchen, wie es im Chat geschrieben wird, wissenschaftliche Berater, die auch Ahnung haben und das Wichtige, die Einfluss haben. Vielleicht sind die ja dabei und sagen, hey, du machst Murks und die Schreiber sagen, wir brauchen das aber für unsere Story. Nee, das brauchst du nicht für die Story, weil wo die rote Linie gezogen wird, ist völlig wurscht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, und wenn ich dann halt noch, verstehst du, und jetzt kommen viele Dinge aufeinander. Das alleine würde ich ja weggucken, ja. Habe ich in TNG wahrscheinlich drei, drölfzig Mal weggeguckt. Hundert Prozent. Ja, aber wenn ich dann halt noch ein schlechtes Alien-Rip-Off sehe, das also nicht mal mehr als Hommage durchgeht, sondern einfach nur als uns fällt halt nichts Besseres ein. Ja, und wenn ich dann halt nur noch eine unoriginelle Geschichte habe, die ich halt auch schon drölfzig Mal woanders gesehen habe. Und wenn ich dann halt noch eine Sci-Fi-Serie wie For All Mankind habe oder die Expanse, die halt neue Konzepte reinbringt und es viel besser macht, dann bricht für mich das Franchise Star Trek zusammen. Das ist mein Problem. Und dafür möchte man Geld von mir haben. Und ich bezahle es auch noch, ich depp irgendwo, ja. Und das ist mein Problem an dieser ganzen Geschichte. Und jetzt habe ich neun Jahre New Trek gebraucht, um es am Ende des Tages mal auf einen Punkt zu bringen. Weil diese ganzen Layer, die bauen sich so auf. Jeder Einzelne für sich war immer schon immer wieder da. Und wahrscheinlich gab es auch mal was bei Voyager oder Enterprise, wo mal zwei oder drei zusammen kamen. Und es gab auch mal eine Folge, da werden wahrscheinlich sogar noch 20 Layer mehr dazu gekommen sein. Aber dann hatten wir wieder das, was wir vorhin gesagt haben. Wir hatten 20 Folgen. Und diese Menschen hier, nochmal, ich bleibe dabei, sie haben ein Best-of von Star Trek auf YouTube gesehen. Und das ist deren Vorstellung von Star Trek. Und das ist es halt leider nicht. Und dann, wenn du das alles machst, kannst du von mir aus auch mal eine Musical-Episode dazwischen hauen. Und dann sage ich gar nichts. Aber wenn du das halt schon grundlegend nicht hast und wir dann mit Crossovers von Lower Decks kommst und eine Musical-Episode und Strange New Worlds draufschreibst und ich nicht eine einzige strange neue Welt sehe. Nicht eine einzige. Wir sind auf Riegel 7. Wir sind auf einer Kolonie, die sieht aus wie Hill Valley. Wir sind auf der Erde in der Vergangenheit. Wir haben zwei reine Bottle-Episode und wir haben eine Episode mit Lower Decks, Zeichnet-Episode. Come on. Wo ist die Strange New Worlds? Nochmal, ich gebe ihnen the benefit of the doubt. Ich mag diese Crew. Ich liebe diese Crew. Ich finde die Crew toll. Ich mag jeden Charakter aus dieser Crew. Aber gib denen doch bitte endlich mal was Anständiges zu tun. So, Rant für Ende. Jetzt darfst du. Alles gut. Ich verstehe dich vollkommen. Ich kann dich auch damit bestätigen, dass das genau viele Probleme sind, die Picard und Discovery vor allen Dingen hatten, die mich aber bei dieser Folge-Serie nicht stören. Sie stören mich nicht, weil so viel anderes in der Atmosphäre und den Charakteren und dem generellen Storytelling, was sie machen, weil das finde ich nämlich weiterhin gut und finde ich auch sehr stark, was für mich Faktoren sind, die deutlich überwiegen und deswegen der Rest für mich nicht ins Gewicht fällt. Bei sowas, wir hatten unsere Diskussionen über Picard und Discovery, wo es auch schlecht geschrieben, die Charaktere waren nicht unbedingt die sympathischsten, was das angeht. Die Motivationen dahinter waren kaum nachvollziehbar. Ist hier alles nicht, aus meiner Sicht her. Und deshalb, ich go with the flow und ich liebe den Vibe der Serie und sage für mich das Beste, was Star Trek seit Jahren rausgebracht hat. Ja, auch wenn Star Trek natürlich die Aspiration hat, haben sollte, noch größer zu sein, aber es ist, was es ist. Und dafür, für diese sich nicht ganz ernstzunehmende Serie, die in dem Vibe ist, den damals meiner Meinung nach auch Toss hatte und die vieles miteinander vermischt, finde ich das großartig, was hier geleistet wird. Und ich verstehe deine Kritikpunkte und ich weiß auch, ich kann es auch nachvollziehen, warum du so wütend reagierst und so emotional reagierst. Und warum du nicht der spockige Chris bist, sondern der menschlich spockige Chris, was das angeht. Ja, aber das ist dann, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, ob du nochmal rein findest, das wird wahrscheinlich bei dieser Serie nicht mehr passieren, aber ich akzeptiere das, was die Serie mir bringt. Doch, 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 doch. Ich sag dir auch, ich sag dir, wann ich rein finde, denn den letzten Punkt, und das ist sozusagen meine Klammer um meine Kritik, ich finde, korrigiert mich, schreibt mir eine Mail, info at nerdizismus.de, übrigens kauft unsere Taschen, nerdizismus.de slash shop. Ich finde, dass das, was ich verlange, also verlange, ja, verlange, mit ganz großen Anführungszeichen, verlange oder mir als Fan wünsche und ich weiß, da bin ich nicht allein. Ich finde, das, was ich möchte, kostet halt nichts. Also zumindest nicht viel. Es ist ja nicht so, dass ich sage, boah, die Modelle müssen besser werden, das CGI müsste besser werden oder, und dann stehen da riesige Kosten hinten dran. Sondern, spart euch den Nebensatz hier, schreibt doch einen Nebensatz da. Ja, das, okay, vielleicht, Mr. Galex schreibt, das kostet, ja, okay, es kostet wahrscheinlich einfach, es kostet wahrscheinlich mehr, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein guter Writer's Room am Ende des Tages, ich meine, warum streiken die denn unter anderem auch, weil sie schlecht bezahlt werden, also ich von daher, ich glaube. Ja, weil es einfach kostet, ne? Ja, aber am Ende des Tages, nochmal, ist es halt eine Milchmädchenrechnung, denn wenn ich Star Trek so produziere, wirst du, wir gucken's, weil wir's halt gucken, weil wir halt immer schon Star Trek geguckt haben, aber es kommt halt niemand Neues dazu und wenn du jemand Neues dazu holen willst, musst du halt auch endlich mal mit Qualität überzeugen, damit jemand, weil im Moment ist es doch so, da kommt jemand in den Raum, Star Trek läuft, wie hoch ist die Chance, dass der oder diejenige sagt, oh, ist das cool, da bleib ich mal sitzen, ja, sondern Forever Nerd Girl kam rein, als die Musical-Folge lief und das Erste, was sie aus dem Flur rief, ist, seit wann guckst du denn Disney-Filme? Ja, vielleicht sind's die Disney-Gucker, die dann nochmal reinschauen und vielleicht ist es genau das, dieses Zwischending zwischen Lowell, vielleicht sind's die Special-Episoden, die am Ende die Leute überzeugen, mit reinzukommen und wieder reinzukommen, was das angeht. In Deutschland haben wir weiterhin das Problem und wahrscheinlich überall woanders, dass es auf Paramount Plus läuft, was kein Schwein haben will am Ende, das ist nochmal die andere Thematik, aber ich glaube, Strange New Worlds macht in dem Sinne alles richtig, weil die ihre Einzel-Episoden so interessant machen und auch solche Dinge mit reinschmeißen, dass potenziell ein Zuschauer, wenn es auf Sat.1 laufen würde, auch da hängenbleiben könnte, weil er nicht die ganze Story hinter Michael Burnham verstehen muss. Ja, okay, in dem Punkt hast du recht. Also, das ist eigentlich so die Sache, die mich so denkt, okay, das, was ich verlange, das kostet doch jetzt, weiß Gott, keine Millionen Dollar. Und dann denke ich mir, okay, dann wäre es halt auch irgendwie möglich und dann denke ich mir, okay, wenn ihr es nicht macht, dann ist es euch halt nicht wichtig. Und wenn es euch nicht wichtig ist, warum soll es mir dann wichtig sein? Und, oder ich fühle mich halt dann einfach irgendwie nicht ernst genommen. Und dafür ist es halt einfach keine, ja, keine selbstironische Serie, weißt du, nicht mal die Orville ist inzwischen so selbstironisch, wie es noch gestartet ist irgendwie. Und ja, aber Orville war auch, Orville war dann auch in der dritten Staffel schon, was das angehört, als die so geworden sind. Und die haben sich ja auch entwickelt. Und auch hier wieder sage ich, wir gehen in eine Richtung, die mir gefällt. Und das Potenzial, was dahinter ist, super. Genau. Und jetzt lass uns mal kurz noch über die Richtung gehen, über die wir, über, in die wir, über die Richtung sprechen, über die, nein, über die Richtung sprechen, in die wir gehen. So. Und lass uns etwas an der Story und an den Menschen und Personen hängen, die da kommen, damit ich jetzt nicht so die ganze Zeit am Motzen bin. Scotty. Ich werfe mal Scotty in den Raum. Ja, wie fandst du den Scotty-Darsteller, der ja auch wirklich aus der Heimatstadt kommt, wo der Charakter Scotty herkommt? Ja, ein echter Schotte. Das fand ich auch sehr schön. Nicht so schön fand ich, jetzt muss ich leider doch wieder sagen, Pelia kennt halt alle. Ah, okay. Das macht das Universum wieder so klein. Es gibt anscheinend nur eine Astrophysiktante oder keine Ahnung was oder eine Ingenierstante an der Akademie und sie kennt halt alle. Okay, egal. Also. Ja, für die Generation passt das aber, wenn es eine Sternflottenakademie gibt, wenn sie nicht überall auf der Welt Sternflottenakademien haben, dann werden, die sprechen ja auch in anderen Serien darüber, wen sie in der Sternflotte hatten. Und wenn Cisco darüber redet, wo Jake da hinkommt und sagt, ja, den Lehrer hatte ich so ungefähr in der Richtung, das passt. Und von Pelia passt es auch, wenn sie Scotty integrieren wollen, dass die eine gemeinsame Geschichte haben. Was mir grundsätzlich am Schreiben nicht so passt, ist, dass von jedem gesagt wird, wie toll er ist. Wir es aber schon fünfmal gesehen haben. Also ich habe schon Ortegas fünfmal toll steuern sehen, aber der Pike muss immer noch sagen, ey, du fliegst voll super. Und ich habe hier jetzt Scotty die super Falle bauen lassen und da muss Pelia halt auch noch mal sagen, ey, du bist voll der beste Student in meiner Klasse gewesen. Ja, ich habe es schon verstanden, musst du mir die nochmal sagen. Außerdem, ich kenne Scotty, ich weiß, dass der gut ist. You don't have to tell me, ja. Okay. Aber abgesehen davon, also ich habe damit grundsätzlich kein Problem. Ich frage mich jetzt nur, geht das jetzt dann jede Staffel und so weiter. Also kommt dann jetzt McCoy und Chekhov und Zulu, weil der... Und jetzt muss er ja mal, und ich weiß, dass Mr. Stocky das weiß im Chat. Hilf mir bitte mal aus und schreib das in den Chat. Die Vanguard-Romane, die sich rund um Doktern Benga drehen, waren die vor oder nach der Enterprise? Ich weiß es gerade nicht mehr. By the way, lest diese Romane, sie sind geil. Ähm, aber ich weiß gerade nicht mehr, wann die spielen. Ähm, also das ist, ist das jetzt sozusagen das Build-Up. Der Kirk hüpft schon die ganze Zeit da rum auf Praktikum. Ähm, jetzt kommt Scotty dann dazu, der wird dann auch noch irgendwie reingeschustert und dann fehlt hier nur noch Pille, Chekhov und Zulu und dann haben wir die Gang wieder zusammen. Die Produzenten selber haben gesagt, ähm, ich weiß es nicht mehr, wer von den vielen Produzenten, weil ich habe auch nicht... Ja, es stehen ja nur 23, ja. Genau. Ich, ich lese immer wieder Interviews mit denen und was die vorhaben und was die erzählen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und sie meinen, ja, wenn sie es machen dürften und wenn sie ihren Weg hätten, würden sie direkt in die Legacy reingehen und Toss nochmal weitermachen. Da hätten sie Bock drauf. Aber sie verstehen, dass wir ihren Weg dahin brauchen. Und wenn dieser Weg dann sieben Staffeln ist, wo die ihr eigenes Potenzial sehen und wo die auch hingehen möchten, mit sieben Staffeln a 20 Episoden, äh, dann nehmen die sich die Zeit, um das nach und nach aufzubauen. Sie haben aber betont, es muss nicht unbedingt immer sein, dass wir jede Staffel jetzt, äh, irgendwann Zulu dabei haben und nach und nach alle reinkommen. Sie wünschen es sich, aber ich denke mal, der Weg ist dann das Ziel, was das angeht. Die werden das erkunden auf dem Weg, was, äh, wie die schreiben. Vielleicht ist ja deren Story die Strange New World, ja, also, das heißt, die wissen gar nicht, wo sie hinwollen, sollen, möchten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, den einen, den einen, das eine Ziel von Pyke haben sie ja weiterhin und dass die Crew irgendwann komplett da ist. Nur jetzt muss einfach der Weg ausdefiniert werden und den Weg kennen wir in dem Fall ja noch gar nicht so gut, weil er noch nicht, äh, in der Original-Serie so dermaßen beschritten wurde. Hm, hm, ja, das wird es wahrscheinlich dann am Ende des Tages sein, also ich, also im Chat wird gerade geschrieben, dass der Mbenga ist nach, also während der Mbenga auf Vanguard ist, ist Kirk dann schon die, also auf der Enterprise, das heißt, das ist also, also zeitgleich, okay, ich verstehe, hm, schwierig, 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 schwierig. Ich, ich, also, ich habe das Ganze ja dafür gefeiert, dass es so kirklos war. Das ist wie Mandalorian. Weißt du, Mandalorian war auch richtig gut, als es einfach noch irgendwas gemacht hat, irgendwo in irgendeiner Ecke von dem scheiß Star-Wars-Universum. Und jetzt wird es so reingeschustert mit den Prequels, damit es irgendwie passt und dann wird es halt auch gleich schlechter. Glaube ich nicht. Ah, hat schon nachgelassen. Come on. Ah, hat schon nachgelassen. Mandalorian. Oder meinst du jetzt das Strange and World? Ja, also, ja, Strange and World. Okay, bei Mandalorian, das hat nachgelassen. Auch hier gebe ich denen noch The Benefit of the Doubt, weil die ja in der Mitte ihrer Story sind angeblich, was das angeht. Aber ja, es hat deutlich nachgelassen. Haben wir ja auch kritisiert. Wir waren einfach bei dem Ding, es ist der Lonesome Warrior, der mit seinem Kit da entlang geht und da einzelne Storys erlebt. Hätten wir, wären wir zufrieden mit gewesen. Aber Star-Wars läuft ja auch immer in die große Connected Universe-Geschichte immer rein. Ist dann die letzte Folge der letzten Staffel von Strange New World, ob das jetzt die dritte oder die fünfte oder die sechste ist, ist dann sozusagen Kirk, der das Kommando übernimmt und dann heißt, oh, wir haben eine Fünf-Jahres-Mission. Er sagt dann, was ist eigentlich die Punchline von Kirk? Second Star to the Left oder so. Aber das sagt er dann im Einzelnen. Chris Pine hat doch Punch-It gesagt, oder? Hat der Punch-It gesagt? Aber hat Shatner eine Punchline gehabt? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube ehrlich gesagt. Energie? Keine Ahnung. Also erstmal muss ja Kirk noch ein bisschen weiter als erster Offizier dienen, was das angeht. Was sind die typischen Jahre, die man hat? Bestimmt drei, vier Jahre, wo er da unterwegs ist. Und Strange New World muss einfach da hinkommen. Ich wünsche mir, dass sie da hinkommen, weil das ist die einzige Serie, wo ich es gerade gut fände, wenn sie wirklich sieben Staffeln bekäme und ihr Potenzial ausloten könnte. Aber im, sind wir ganz ehrlich, so viel wie Paramount immer mal wieder an Kosteneinsparungen raushaut. Und wenn Strange New World einfach nicht die Zuschauerzahlen reinbringt, dann können wir froh sein, wenn wir fünf Staffeln bekommen. Ja, also wie gesagt, nochmal. Nicht falsch verstehen, ich finde es das beste Track, was wir mit Lower Decks in den letzten Jahren gekriegt haben. Von daher habe ich mit jeder Folge grundsätzlich schon meinen Spaß. Ich denke mir einfach nur, es geht einfach besser und es würde nicht viel Aufwand machen, es besser zu machen an zwei, drei Stellen. Und von daher eigentlich noch, ja, wie gesagt, mich gar nicht den Stab so komplett darüber brechen. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Was mich natürlich so wundert ist, da will ich jetzt mal so deine Filme, du hast ja auch schon eine Menge Filme und eine Menge Serien gesehen. Wenn du jemand einen Abhang runterfallen siehst, meistens den Helden, oder in dem Fall ein Flugzeug respektive Shuttle hinter einem Baum- oder Berghorizont verschwindet. Wie groß ist deine Angst, dass dieser Shuttle dann auch wirklich gecrasht ist, wenn es auch erst mal so zehn Minuten im Film oder in der Folge ist? Also das Shuttle, das Flugzeug stürzt ab, das Shuttle stürzt ab. Man sieht es hinter einem Baumwipfel verbinden und dann kommt es wieder. Wie oft muss ich das noch sehen? Das haben wir jetzt in Interaction gehabt, das haben wir in GoldenEye gehabt, das haben wir, keine Ahnung, 30 Mal in Mission Postel gehabt. Also, verstehst du? Warum bringe ich, nein, jetzt mal ohne Witz, jetzt ernst gemeinte Frage, ernst gemeinte Frage. Gibt es noch irgendjemand auf der Welt, der da ernsthaft den Atem anhält und sagt, oh Gott, oh Gott, sie haben es geschafft. Ja, weiß ich nicht. Ist es so? Gibt es noch jemand? Ist das für die sechs, sieben, achtjährigen, die das halt noch nicht gesehen haben und nicht für uns alten Säcke, die ist halt schon, ist das so? Okay, gut, dann ist das so. Ich meine, dass ich ernst gemeinte Frage habe. Ich kann von meiner Tochter her bestätigen, ich kann von meiner Tochter her bestätigen, alles, was sie guckt am Paw Patrol oder so, wo solche Sachen geschehen, die hat erst mal Angst um die Charaktere. Okay, gut. Ich weiß nicht, wie es dann mit 16, 17 ist, wenn man in dieser medienüberfüllten Umwelt schon alles gesehen hat, ob das noch reißt, aber nur gut, das ist halt ein Klischee-Film-Trick, den man einsetzt, den keiner vom Hocker reißt, aber der einfach einen gewissen Effekt hat. Brauche ich auch nicht immer drin haben. Mich stört es aber jetzt auch nicht groß, wenn es passiert. Ich meine, hier wurde es ja auch nicht so gespielt, dass die crashen würden. Hier wurde es ja deutlich... Ja klar, der Pike hat ja, der Ortega ist noch fünfmal gesagt, was für eine tolle Pilotin sie ist, falls wir es nicht onscreen schon dann noch gesehen haben. Naja, das war jetzt wirklich mal eine ernst gemeinte Frage, weil das sind halt so Sachen, so hell stürzt die Klippe runter und du weißt ja ganz genau so, ja, okay, und jetzt kommt der Shot, wo sie die eine Hand wieder hochkommen, denken wir so, come on, das haben wir doch jetzt schon 40 Jahre gesehen. Wie der Galax sagt, es gibt Genres, die haben ihre Standard-Shots, was das angeht. Es kann nicht jeder immer wieder ein neues John Wick sein, was das angeht, oder ein Top Gun, das auch mit Top Gun 2 vieles wieder revolutioniert oder besser macht. Ich frage mich halt, warum man da auch nicht mal mit den Erwartungen der Zuschauer halt spielt. Das passiert halt nicht. Aber dafür war die Story ja auch nicht auf... Nein, die Story nicht. Wir mussten ja auch wieder unsere Checkmarks machen. Wir mussten ja das Trümmerfeld der Woche abhaken. Wir mussten den üblichen J.J. Abrams Gedächtnis Raumspaziergang machen. Aber es sah gut aus. Aber es sah gut aus, ja. Und die Musik war gut und die Schauspieler waren gut. Das sagen wir seit 2009 zu beschissenen Geschichten. Ja, aber hier muss ich es nochmal betonen. Die gecrashte, wie auch immer sie hieß, das andere Schiff, fand ich da schon schick aus. Ja, natürlich sah es schick aus. Ich konnte es mir auch nicht merken, wie es heißt. Ja, und man hat Kamerafahrten, die nicht ganz das Erlebnis zerstört haben, also nicht zu wild. Ja, oh, weißt du noch, diese 180 Grad Drehung bei Discovery for absolutely no reason. Ich glaube, das war so in der zweiten Folge der ersten Staffel, wo die Kamera so einfach so völlig grundlos auf der Brücke sich so einmal um 180 Grad gedreht hat. Weil man es kann. Weil man es kann, genau. Was man auch hat, aber nicht benutzt ist, wo ich mir so dachte, so schöne Gorn-Protokollbox habt ihr da, mit schönen Kryo-Granaten, nee, Kryo-Granaten, Kryo-Granaten, schwieriges Wort, Kryo-Granaten. Sagt das dreimal hintereinander, Kryo-Granaten. Kryo-Granaten, Kryo-Granaten, Kryo-Granaten. Ach, halt die Fress. Ich habe einen Cider drin, da kann man besser drehen. Wäre schön, wenn sie sie halt auch mal benutzt hätten. Ja, 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 das stimmt. Von mir aus macht Gorn, macht das, das ist mal was Neues, das würde ich toll finden. Also ich habe ja, die kennen wir nicht. Mich stört einfach, dass die halt einfach nur Aliens sind. Ich kaufe noch nicht so, aber nochmal, ich gebe denen, wie du gesagt hast, Benefit of the Doubt, den Cliffhanger, dass wir in der, aber das möchte ich jetzt dann auch wirklich in der nächsten Folge sehen. Ich möchte jetzt in der nächsten Folge mal einen Gorn-Captain sehen, der nicht nur macht, sondern der reden kann. Und wenn er übersetzt wird, von dem ich dann sagen kann, okay, das ist eine Rasse, die zu interstellarem Raumfahrt fähig ist und solche Riesenschiffe baut. Und dann können wir gerne mal komplett neu reden. Ja, ja. Tja, wie geht es denn eigentlich weiter mit dem ganzen Kram? Kommt jetzt Discovery im Sommer, ne? Kommt es nicht im Winter? Die wollen doch Ende oder Anfang des Jahres das machen. Okay. Ja, ich glaube irgendwie so. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich meine, wie lange sind die jetzt mit der Staffel schon fertig? Zwei Jahre so ungefähr. Und schieben es immer weiter nach hinten. Ja, Strangely Worlds hat, glaube ich, während der Produktion der dritten Staffel jetzt aufhören müssen. Wegen dem Writer's Strike und dem Actor's Strike, der noch dazu gekommen ist. Aber war es nicht mal so, dass der letzte Writer's Strike ganz hervorragende Geschichten rausgebracht hat? Weil man dann so limitiert war und viele, viele Dinge machen musste? Teils. Also einerseits hatten wir natürlich, hatten wir Dr. Horrible, was währenddessen produziert worden ist. Andererseits argumentieren ja viele Leute, dass der Writer's Strike Trump groß gemacht hat. Weil Reality-TV plötzlich riesig war, weil man keine Skripte dafür brauchte. Und dann der große Reality-TV-Boom da war und Trump auf die Bildfläche gebracht hat, auf die Bildschirme. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, das ist sowieso. Das ist auf jeden Fall sicher. Ja, also packen wir diese zweite Staffel mal noch einmal. Let's wrap it up. Ja, also die zweite Staffel mal so. Also, ich war jetzt in der Tat, muss ich ganz ehrlich sagen, echt ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Ding. Das war okayisch bis gut, aber halt auch teilweise so grottig. Und wie gesagt, die Musical-Folge, die zähle ich einfach mal nicht. Ich habe, und das muss man schon sagen, durchaus extrem gute schauspielerische Leistungen gesehen. Allen voran Christina Chong fand ich sensationell. Also, da leide ich wirklich mit ihr und ihrem Struggle zu dem, ihrer unglücklichen Liebe zu diesem alternativen Kirk und so. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Beim Spock habe ich inzwischen nach der Lower Decks-Episode die Hoffnung, dass sie sich dessen bewusst sind und den jetzt irgendwie dahin führen, wo er hin muss, damit er am Ende da ist, wie wir ihn kennen. Das heißt, diese Bedenken sind auch ausgeräumt. Ob ich diese Enterprise-Crew-Reunion durch die Hintertür sehen will, weiß ich nicht. Vielleicht auch eher darum, weil ich nicht weiß, machen die dann was draus? Also, kriege ich dann noch die Crew komplett auch nochmal in zwei, drei weiteren Staffeln zu sehen? Oder ist dann Schluss und ich muss es mir dann in Tosch ... So, irgendwie. Wie lange waren die am Anfang von Tosch schon unterwegs? Das ist auch eine gute Frage, die Mr. Stock hier im Chat bestimmt hundertprozentig beantworten kann, ja. Es war eine Fünf-Jahres-Mission, aber in welchem Jahr die war? Ich glaube, jedes Staffel ein Jahr, also erstes, zweites, drittes Jahr, glaube ich. Das war ja auch nicht so wirklich chronologisch. Ich habe übrigens letztens nochmal The Cage geguckt, einfach nur, um nochmal The Cage zu gucken. Und ich wusste gar nicht, wie frauenfeindlich The Cage am Ende des Tages war. Das war sehr spaßig. Weil er dann irgendwie zu Una auf der Brücke sagte, so, ja, sie sind ja auch nur hier, weil eine Frau auf der Brücke sein muss. Und die dreht sich dann so, um so ein Wort. Du, wenn wir eine Star Trek-Durststrecke haben und es nicht kommt, ich bin dabei, staffelweise nochmal Tosch zu besprechen. Also zumindest staffelweise, weil pro Folge, das machen die Kollegen von Trek am Dienstag definitiv besser als wir. Aber mal so eine Staffel nochmal gucken und dann lasse ich mich auch gerne nochmal, also wie gesagt, dass da natürlich alte Stinker dabei waren, die schrecklich naiv waren. Die fand ich als Kind ja auch schon scheiß, wenn sie, weil es war halt der Mafia-Planet, der Römer-Planet, der Nazi-Planet, der Ritter-Planet, der Geister-Planet und so weiter und so weiter. Ich weiß auch, warum sie das gemacht haben, weil sie keine Kohle hatten und die Sets waren halt da und es war halt billig und bla, schon alles gut. Aber es gab halt eben auch zwischendrin Folgen, die halt eben einfach Dinge angestoßen haben bei vielen Menschen. Und das Grundsetting Star Trek hat bei vielen Menschen einfach was getriggert, dass sie Astrophysiker werden wollten und so weiter. Und das sehe ich halt einfach nicht mehr. Also nochmal zurück zu Stranger Worlds. Das war okay, aber auch mehr nicht. Ich glaube, in der Retrospektive wird diese Staffel bei mir laufen so, guck die erste und die letzte Folge und wenn du noch was lachen willst, die Musical- und die Lower Decks-Folge und die anderen kannst du aber getrost überspringen. Also du brauchst die alle nicht. Du guckst die erste und die letzte und zur Unterhaltung Lower Decks und die Musical-Folge. That's it. Den Rest guckst du nie wieder. Mein Fazit für diese Staffel, ich fand die richtig stark. Ich fand die erste Staffel schon gut. Gut, die hat uns ein Star Trek gezeigt, wie wir uns es nochmal eher wieder wünschen würden. Die zweite Staffel ist für mich extrem stark gestartet. Auch wenn ich Broken Circle mittlerweile als eher die Schwächere von den ganzen Episoden ansehe. Ad Astra per Aspera habe ich schon bei der Folge enorm gelobt. Dieser ganze Auftritt der Schauspielerin, die auch die Anwältin gespielt hat. Ich fand die Folge richtig groß. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, wunderbares Schauspiel von Christina Chong und von der Atmosphäre hat es mich mitgenommen. Dann Among the Lotus Eaters, Charades. Okay, Charades war dann auch in Ordnung. Da konnte man ein, zwei Episoden dazwischen wieder abschalten. Aber dann ab These Old Scientists, Abfolge 7, 7, 8, 9 und dann 10 wieder mit einem kleinen Abfall. Immer stärker geworden, immer besser geworden. Sehr viel Spaß drin gehabt. Sehr großartige schauspielerische Leistungen. Sehr spaßige Storys dazwischen. Ja, man kann viel Nitpicking da reinmachen. Aber alles in allem würde ich dieser Staffel nach 8 bis 9 von 10 geben, weil die mich vollkommen abgeholt hat. Die hat mich vollkommen abgeholt. Ich würde das Ganze auch nochmal wieder rewatchen. Also einige Sachen, vielleicht diese mit den Lotus Eaters, mit dem Vergessen dazwischen kann man sich drüber streiten. Aber auch selbst Lost in Translations war ganz gut. Aber viele von diesen Folgen könnte ich mir und werde ich mir auch nochmal anschauen. Und das ist das erste Mal, außer Lower Decks, dass ich mir das für eine Track-Serie im neuen Zeitalter gesagt habe. Lower Decks kann man sich nebenbei nochmal anschauen. Aber das hier kann man sich mit Bewusstsein sich nochmal angucken und viel Spaß dabei haben. Deshalb großartige, wie sagt man in England, Sophomore Season, die für mich sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Die vieles geordnet hat, viele Charaktere nochmal vertieft hat und uns jetzt einen Status gibt, der es so richtig losgehen lassen kann mit einer großen Story. Und das ist mein Fazit davon. Okay, prima. Also fair enough. Ja, also ich finde das gut, wenn du das so siehst. Ich bin da ein bisschen kritischer. Aber wie gesagt, wenn ich mir die Tagline Strange New Worlds gebe, dann sehe ich die Strange New Worlds halt einfach nicht. Das ist halt einfach ein Problem bei dem ganzen Ding. Punkt. Punkt. Das ist halt wirklich einfach ein Problem. Dann hätte ich das Ding einfach Star Trek altbekannte Welten nennen können und dann hüpfe ich halt alles nochmal ab. Dann ist okay. Ich vermisse einfach das Neue und das Originelle. Und das ist so mein Grunddring. Ich vermisse das Originelle. Die Originalität ist es einfach nur Bienen der Dunde. Da habe ich alles schon überall 5000 Mal gesehen und das holt mich halt einfach leicht nicht mehr ab. Gut. Bevor wir uns im Dreis... Mein Gott, heute habe ich aber auch wirklich ein... Ich wollte schon sagen im Tee, aber dabei war das wirklich... Es war jetzt nicht so viel. Egal. Übrigens, wir haben tolle neue Tassen. Nicht die hier, aber stellt euch vor, es wäre die hier. Und da steht der Nerdizismus drauf. Ihr müsst auf nerdizismus.de slash shop gehen. Da gibt es Tassen. Ganz ehrlich, die kosten 16 Euro. Das ist nicht zu viel für eine Tasse. Wir verdienen da gar nichts dran, aber ihr habt eine Nerdizismus-Tasse. Von daher geil. Und ihr könnt euch ein T-Shirt holen. Und da könnt ihr nämlich immer sagen, ich habe die schon gehört, bevor die kommerziell waren. Ja. Und das Wichtige ist, wir haben 10 Freundes-Codes zu vergeben, wo es ein paar Rabatte dafür gibt. Also, wer ein Rabatt-Code für den Shop haben möchte, ich glaube, es ist 10% oder sowas, der schreibt uns gerne eine Mail. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Nein. Okay, Entschuldigung, du hast da schon was anderes. Du hast da schon was anderes. Ja, der schreibt ein... Wir haben uns mal wieder nicht abgesprochen. Ja, der schreibt eine Bewertung bei iTunes oder bei Podcast Addict, macht einen Screenshot und schickt den an info-at-nerdizismus.de. Sehr gut. Richtig. Richtig. Richtig, genau. Immer einen Benefit draus ziehen. Ja, perfekt. Genau das, was Chris gerade gesagt hat. Und dann haben wir nämlich 10 Rabatt-Codes zu vergeben, dann könnt ihr euch günstiger was holen. Wir haben es selber noch nicht, wir müssen uns selber auch noch was bestellen, um uns von der Qualität zu überzeugen. Dann gibt es noch, wie gesagt, noch mal die Ankündigung für die Nerdy Christmas Live Show am 20. August im Rabbit Hole Theater in Essen. Da wird es demnächst Karten geben. Es gibt nicht viele Plätze, ich glaube, es gibt maximal 50 Sitzplätze. Die Karten werden so um die 15 Euro kosten. Und wir hoffen natürlich, ganz viele von euch da zu sehen. 20.10. Freitag im Rabbit Hole Theater. Chris und Chris, das wird sehr spaßig werden. Und ja, dann bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, Michael, ich danke dir, dass du auch mit mir wieder diese zweite Staffel Stranger Worlds durchgestatten hast. Dass du meine Launen, meine Wutanfälle, mein Hadern ertragen hast. Das möchte ich natürlich von euch auch, liebe Hörer da draußen. Da schreibt ihr an die 015 25 9 64 7709 eine Sprachnachricht. Kommt auf unseren Discord. Da wurde mir letztens gefragt, ob wir das auch lesen. Ja, wir lesen alles. Wir lesen nur nicht alles vor. Lesen tun wir immer alles. Wir lesen nur nicht alles vor. Ihr könnt auf nalizismus.de natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr schreibt eine Info at nalizismus.de. Ich weiß gar nicht, ob man bei der Nummer auch anrufen kann und ob dann AB dran geht. Glaube ich nicht. Schreibt mal lieber eine Sprachnachricht. Oder sprecht mal lieber eine Sprachnachricht. Mein Gott, es ist spät. Ach, die Woche war lang. Sie ist noch nicht rum. Es ist spät. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, uns zuzuhören. Dann sag noch mal ganz schnell, bevor wir aufhören. Wo kriegst du die Karten fürs Rabbit Hole Theater? Auf der Seite des Rabbit Hole Theaters, aber noch nicht in den nächsten Tagen. Wir werden das auf unseren sozialen Netzwerken posten. Wird es Karten bei Rabbit Hole Theater essen. Einfach mal Rabbit Hole Theater essen googeln. Und da wird demnächst der Schedule geupdatet. Das steht noch nicht drauf an der 20. Das kommt aber jetzt demnächst drauf. Nächste Woche steht es, spätestens steht es drauf. Und dann gibt es für 15 Euro oder 20 Euro, 15 Euro wahrscheinlich wird es kosten, gibt es dann Karten. Also von daher haut rein, es gibt nicht viele Plätze und die Hälfte davon machen wir natürlich schon mit Friends and Family voll, die unter Androhung von Waffengewalt gezwungen werden, diese Show zu gucken. Und dann bleiben also nur noch 20 Plätze, also von daher wird es noch, noch viel weniger. Also von daher haltet euch ran. Gut. Ich würde mal sagen, in diesem Sinne, wir werden jetzt demnächst weitermachen mit Ahsoka. Ich werde jetzt wirklich irgendwann über das Wochenende, wenn ich Zeit habe, endlich mal die Mandalorian-Folge schneiden. Und in diesem Sinne, macht es die Ort. Bis dann. Dankeschön. Ciao. 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 Eine Produktion des Podcast Imperiums.